Ja, moin Leute und willkommen zu ATV Let's Plays. Es dauert nicht mehr lange, dann ist es soweit. Das DFB-Pokalfinale Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg. Was das Personal beim BVB anbetrifft, Nuri Shahin und Adrian Ramos werden fehlen, durch langfristige Verletzungen. Auch Kevin Kampel wird leider nicht dabei sein, wegen einer Gelbsperre. Im Gegenzug dafür weiß der VfL Wolfsburg noch nicht, ob Naldo und Marcel Schäfer mitspielen, wegen einer Wadenverletzung. Klar ist aber, dass Aaron Hand nicht mitspielt, wegen einer Knieverletzung. Um es noch einmal auf den VfL Wolfsburg zu beziehen, es wurde noch einmal ein stilles Gedenken gegeben von den Wolfsburgern, um die Nummer 19 von den Wolfsburgern an dem schrecklichen Tod von Junior Malander. Und dann würde ich sagen, wünschen wir beiden Mannschaften Borussia Dortmund sowie dem VfL Wolfsburg ganz viel Glück beim DFB-Pokalfinale im Olympiastadion in Berlin. Das Finale und auch mal viel Glück für Jürgen Klopp, weil das ist sein Abschiedsspiel. Kloppo gewinne es. Ja, das waren erstmal die Fakten zum DFB-Pokalfinale im Olympiastadion in Berlin. Viel Spaß beim Gucken euch und vergesst nicht, Daumen hoch, abonnieren und sonst viel Spaß beim Gucken und Kloppo die Daumen drücken und natürlich auch dem VfL Wolfsburg.